Hallo und herzlich willkommen. Jetzt in der dunklen Jahreszeit haben wir heute einen wirklich freundlichen Tag erwischt und möchten Ihnen deshalb unseren neuesten Auftrag zeigen. Ein Zweifamilienhaus in Wartling, 236 Quadratmeter Wohnfläche, Kamin, vollunterkellert, Doppelgarage, 852 Quadratmeter Wohnstücksfläche und jetzt, Sie kennen es, wir gehen mal rein und zeigen Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Bödie 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 Chợi Bödie These Bödie Bödie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020